Bitcoin hat einige bessere Tage jetzt gesehen, aber wir wissen, der September ist nicht gerade der beste Freund von Bitcoin. Es kann sein, dass die Bäre noch einmal zum Zuge kommen, aber das wird temporär sein, denn es gibt durchaus Daten, die zeigen, dass bessere Zeiten kommen werden und darauf wollen wir heute gucken. Herzlich willkommen heute wieder bei Hallo Crypto mit einem neuen Marktupdate. Wir wollen natürlich über Bitcoin reden. Wir befinden uns noch mitten im September und die große Frage ist, kommen wir da heile durch? Da gibt es positive Anzeichen, da gibt es ein paar Sachen, die nicht ganz so schön sind. Es gibt ein paar Vorwürfe gegen Coinbase, darauf wollen wir heute eingehen und wir wollen auch eingehen auf ausgewählte Altcoins. Wir haben mit dabei diesmal Injective, Dogweset, ICP und Nier und außerdem heute ist ein besonderer Tag hier in Mexiko, Tag der Unabhängigkeit. Macht euch alle unabhängig vom großen zentralen Finanzsystem, darauf wollen wir später nochmal ganz, ganz kurz eingehen im Outro. Aber Chi, wir wollen jetzt natürlich anfangen. Mit dem Boss und mit natürlich dem Start sozusagen in diese große Woche, denn es wird wahrscheinlich auch die Woche der Zinssenkung sein. Auch darüber wollen wir natürlich sprechen ein bisschen später, aber wie Jan richtig sagt, wir fangen natürlich mit Boss Bitcoin an, da gucken wir zuerst drauf. Und wie immer, keine Finanzberatung, ihr kennt das Spiel, müsst ihr eure eigene Research machen, das ist nur unsere Meinung und unsere Einschätzung und die beginnt bei Bitcoin. Und hier sehen wir schön Bitcoin in der Tagesansicht im US-Dollar. Wir befinden uns jetzt leicht unter dem 50er-Tagesdurchschnitt, wir haben jetzt ein paar rote Tage hinter uns, was nicht verwunderlich ist, weil es ging ja die ganze Zeit ziemlich hoch. Jetzt ist die große Frage, ob wir jetzt mit dieser Woche dann doch wieder positiv rein starten. Momentan sieht es nicht so aus, wir sind auch relativ rot. Wir müssen einfach gucken, dass wir diese 50er-Durchschnitt wieder zurückeroben haben. Ja, der ist nicht so weit weg, ihr seht das hier auch gelb gemarkert, das ist hier bei 59.400, das sind aktuell keine Riesensprünge für Bitcoin, ihr seht diese Distanzen legt der Boss schnell zurück. Es sieht allerdings so aus, dass die Korrektur einfach kommt und ihr seht auch hier das übliche Hin- und Herschwingen vom stochastischen RSI, jetzt sind wir ganz oben, haben hier schon leicht, nicht nur leicht, wir haben bärisch gekrosst, deshalb ist es durchaus möglich, dass wir einen weiteren Rücksetzer sehen. Und es ist auch ein bisschen, das kommen wir später nochmal drauf bei Onschein-Daten, etwas zu sehen, es könnte mal eine Chance für die Bären geben, aber wichtig ist natürlich hier unser letztes Low, da müssen wir ein Higher Low machen, das heißt, wenn wir hier runterkommen, irgendwo zwischen 56.000, 54.000 wäre das gut, da liegt auch ein bisschen Liquidität, aber das ist auch die gute Nachricht, es liegt auch mehr Liquidität auf der Oberseite. Insofern, das ist etwas, was natürlich uns erstmal freut, weil die Attraktivität, dass der Markt nach unten geht, ist nicht so hoch wie die, dass er nach oben geht, irgendwann wird das kommen und wir wissen ja alle, der September ist so ein Monat, den muss man überstehen, um dann wieder in bessere Zeiten zu kommen. Da wollen wir nämlich ganz genau hingucken, wird der Chart in der Monatsbasis positiv schließen, wir sehen jetzt, wir sind jetzt natürlich ein bisschen ins Rot reingeglitten, das ist noch wirklich nicht viel, wenn es sich da halten sollte jetzt im Moment und wir tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, ein Higher Low machen sollten, ist es alles okay. Schön wäre es tatsächlich, wenn wir dann Ende September hier ein Grün sehen würden oder ein Neutral. Minimal Grün wäre super, ansonsten dann bestätigt das diese Umkehrformation, haben wir auch im letzten Marktupdate schon drüber gesprochen, insofern, da hat sich nichts geändert und die Entfernungen für Plus oder Minus, also positiv, negativ abschließend sind gering, deshalb ist alles noch drin, wir bleiben cool, ihr bleibt das bestimmt auch und jetzt gucken wir mal auf die Story, die in den letzten Tagen so ein bisschen für Aufregung gesorgt hat, aber wir finden, da wurde eigentlich so ein bisschen skandalisiert, das war jetzt gar nicht so eine große Sache. Da wurde nämlich von verschiedenen Seiten international, aber auch auf ein paar nationalen Kanälen Coinbase vorgeworfen, dass man hier BlackRock, E-O-U-S-C, wofür steht das denn? E-O-U-S, I own you, also ich schulde dir im Grunde Schuldverschreibung, so eine Art, ja, Papier-Bitcoins gibt und damit den Preis manipulieren würde, ziemlich schräge Sache, wir, wie gesagt, sind da relativ cool geblieben, es gibt auch keine wirklich extrem klare Beweisführung, wir sind jetzt nicht bis ins letzte Detail eingestiegen, wir finden es nur etwas Aufregung, weil da geht der Kurs dann mal nicht gleich weiter, weil wahrscheinlich einige Leute frustriert, weil, wie wir gerade gesehen haben, immer zwei, drei rote Tage wieder drin sind und dann kommen irgendwo Erklärungen, die werden gegriffen und Coinbase hat das ganz klar zurückgewiesen. Wir sehen auch bei Coinbase jetzt nicht die große Motivation, warum sollten die jetzt Bitcoin nach unten manipulieren mit BlackRock zusammen, da ist man schon arg so ein bisschen im Verschwörungsdenken, BlackRock ist jetzt auch immer gleich im Verdacht, etwas Böses zu wollen und plötzlich ist Coinbase, denen alle natürlich ganz doll die Daumen drücken gegen die SEC, jetzt plötzlich sollen sie die bösen Jungs sein, sorry, da machen wir nicht mit. Und es gibt ein gutes Argument, warum die da wahrscheinlich auch kein Interesse dran haben. Wenn das jetzt so wäre, dass der Bitcoin-Preis gedrückt wird, dann geht ja auch ein anderer Chart runter und das sind die Aktien von Coinbase und daran kann Coinbase überhaupt gar kein Interesse haben. Insofern wäre das eine Loose-Situation für Coinbase, das macht nicht wirklich Sinn. Also Chi, ich glaube tatsächlich, dass ein paar Kollegen von uns hier ein paar Sommerlöcher versuchen zu füllen mit ein bisschen Skandal-News, ich glaube an diese Story auch nicht. Kann schon sein, ihr seht ja im Hintergrund die beiden Charts übereinandergelegt hier in diesem Weinrot der Coinbase-Aktie und deren Kursverlauf und der Bitcoin-Kurs, also die laufen quasi parallel, wenn irgendwas manipulieren würde, dann würden sie doch nach oben tun, da stimmen wir hier diesem Kollegen von HeyApollo auf Twitter komplett zu, weil das ist das, was einfach aus deren Sicht, aus Coinbase-Sicht Sinn machen sollte, warum sollten sie den Kurs massiv drücken. Also ehrlich, wir halten nicht allzu viel davon, deshalb lasst euch nicht verrückt machen, solche Storys kommen immer auf, jetzt warten alle, dass der September vorüber geht, es gibt keinen riesen Dump, es gibt auch keinen Pump, was passiert, es kommen wieder irgendwelche Storys, natürlich machen die Market-Maker ihre Spielchen, der Kurs springt ein bisschen hin und her, aber diese große Story, die sehen wir da nicht, das ist nur mal unsere Meinung an der Stelle. Trotzdem sehen wir auch Dinge, die nicht so schön sind für Bitcoin, wir haben ein paar Charts jetzt wieder rausgesucht, wo man sieht, es könnte wirklich nochmal ein Sturm aufkommen, jetzt im September, was nicht heißen soll, dass es im Oktober noch nicht wieder hoch geht, aber man muss es auch ganz realistisch sehen, denn es gibt Bewegung auf einem ganz speziellen Chart, die OTCs, das heißt Over-The-Counter, da wurde jetzt was hingeschoben, und das bedeutet in der Regel nichts Gutes für Bitcoin. Sagen wir so, das ist ja, für alle, die das vielleicht nicht sofort präsent haben, OTC-Desk, das sind große Sammlungsstätten sozusagen, wo Bitcoins gehalten werden, das sind keine Exchanger, wo du und ich kaufen können, wie bei jedem normalen kleinen Retailer oder auch bei kleinen Investoren, kleinen Institutionelle, sondern das ist für die richtig Großen, für die Dickfische, wenn da jemand kommt und sagt, ich hätte jetzt gerne mal 1000 BTC, dann will der die nicht über, weiß ich, Binance kaufen oder so, weil der Preis wurde natürlich massiv nach oben manipuliert dadurch, da hat er kein Interesse. Dafür gibt es die OTC-Desk, die sagen, okay, ihr braucht 1000 Bitcoin, okay, wir geben euch den Marktpreis vielleicht mit einem minimalen Aufschlag, die wollen ja auch verdienen, und so handelt man die am Markt vorbei, das heißt, der Spotpreis wird nicht beeinflusst. Und diese Grafik hier, die zeigt ganz schön, das ist der Anstieg, der massive Anstieg dieser OTC-Balance, und schwarz ist der Bitcoin-Preis, und hier seht ihr in dunkelblau auch, wie diese Balance hochgegangen ist, und das ist die Änderung, dieses rosa hier, da sieht man, dass die Änderung in den letzten Tagen massiv hochgeschossen ist, und die wichtige Kurve ist diese blaue. Wir haben also aktuell sehr, sehr viel Volumen auf den OTC-Desk, und was bedeutet das? Das bedeutet, wenn jetzt ein Dickfisch kommt und sagt, er will viel Bitcoin haben, dann geht der dorthin und kriegt von dort eben die Bitcoin, der Preis ändert sich aber nicht. Wenn wir aber in einer Situation sind, wie wir hier waren zum Beispiel, seht ihr, da ist der Markt auch massiv hochgegangen, der Bitcoin-Kurs, da gab es nichts auf den OTC, das heißt, da mussten auch die Dickfische, da musste auch jeder, der wirklich viel haben wollte, hier direkt vom Spot kaufen, das treibt den Preis. Wenn jetzt zum Beispiel auch bei den ETFs wieder viel anspringt, wenn jetzt irgendwelche großen Investoren rein wollen, dann können die und werden sie wahrscheinlich von den OTC-Desk erstmal was ziehen, das heißt, dass der Preis nach oben davon nicht profitiert, gleichzeitig aber alle Abverkäufe in der Regel über die Spot-Märkte laufen, oder sehr viele davon zumindest, und das heißt, die Gefahr nach unten ist größer als jetzt die Chance nach oben, das ist aktuell das. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so ein bisschen sehen, dass ein ganz großer Pump nicht sofort kommt. Wir brauchen so ein bisschen einen Abbau dieser OTC-Mengen und das sind auch so Altlasten von den Abverkäufen der Minern. Wir haben auch einen guten Chart dabei. Weil wir sehen auch, dass jetzt ein bisschen Liquidität reinkommt und das ist auf jeden Fall grundsätzlich ein gutes Zeichen, damit wir im Oktober dann auch wieder ein bisschen Schwungmasse haben, um wieder hochgehen zu können. Hier ist mal gezeigt, wie viel Liquider Supply und wie viel Illiquider Supply ist. Und man könnte es auch so sagen, das ist die schwarze Kurve, das sind die, die es in ihre Cold Wallets abziehen, in ihr Cold Storage. Und die orange Kurve, die hier stark nach unten geht, das sind die frei verfügbaren Coins auf allen Börsen und die gehen halt runter. Trotzdem ist es schon noch fast 1,5 Millionen Bitcoin, ist jetzt nicht ganz wenig, aber die Bewegung ist eine gute und wir sagen uns, das ist so ein bisschen der Ausgleich zu den OTC-Tests. Letzten Endes müssen wir eh langfristig denken und da gibt es jetzt was Gutes. Und wir sehen hier jetzt auf den Chart von Quinten, dass normalerweise 170 Tage nach dem Hiving immer der Pump anfängt und wir sind jetzt bei Tag 147, das bedeutet, wir sind nur noch 23 Tage von dem Augenblick entfernt, wo der Pump eigentlich nach oben gehen sollte und ich finde, das demonstriert dieser Chart hier sehr, sehr schön. Wir sind noch im roten Bereich, aber wenn wir da ausgebrochen sind, dann sollte der richtige Bullenmarkt losgehen und dreieinhalb Wochen, dreieinhalb Wochen, dreieinhalb Wochen, das ist nicht viel. Ja, das ist nicht viel, da befinden wir uns dann mitten im Oktober, dann würde alles nicht passen, wie wir auch in der Vergangenheit darüber geredet haben, dann würden wieder alle Karten zusammenpassen und dann wäre es ein tatsächlich Oktober. Unbedingt, deshalb, also haltet durch, die Zeichen sehen gut aus, der Cycle ist gar nicht so anders als die üblichen Vorläufer und das ist ein gutes Zeichen. Außerdem haben wir ja so ein bisschen den Joker, jetzt am Mittwoch das große Thema Zinsentscheidung, der FED, also Zinssenkung, da so viel sollte klar sein, aber Leute, achtet da ein bisschen drauf, oft sind solche Ereignisse nicht sofort der Anlass zu einem Megapump, also erwartet nicht, dass es ab Mittwoch nur noch gerade hoch geht, ihr habt gesehen, die OTC-Desks sind voll mit Bitcoins, also es wird mittel- und langfristig auf jeden Fall helfen. Und es gibt auch krasse Forderungen hier, das ist ja auch mal von US-Parlamentariern, die haben Bock auf 75 Basispunkte Zinssenkung. Ein paar kriegen den Hals nie voll, die wollen natürlich, dass es noch schneller irgendwie Liquidität in den Markt kommt hier durch diese Zinssenkung. Ich vermute mal, dass ziemlich viele von den Demokraten sind, die natürlich sagen, wenn es jetzt nach oben geht, beeinflusst es die Stimmung, das hilft der Regierung und so weiter, das wird auch ein bisschen mit Wahlkampf zu tun haben, aber kann uns egal sein, ich glaube nicht, dass die FED sich danach richtet. Wir wollen nur sagen, es ist unwahrscheinlich, dass jetzt an der Stelle der Zinssenkungstag der Beginn einer straighten Aufwärtsbewegung ist. Wahrscheinlich müssen wir immer noch, so wie Jan das gerade gezeigt hat, im Chart, den der Quinten auf Twitter geteilt hat, warten, diese 170 Tage plus minus ein bisschen. Deshalb bleibt cool, seid nicht enttäuscht, wenn die Zinssenkung nicht sofort den Kurs hochkatapultiert. Mittelfristig sind wir sehr sicher, dass es passiert, das ist wie gesagt unsere bescheidene Meinung und wir beobachten am Mittwoch und ab Mittwoch vor allen Dingen einen anderen Chart noch ganz genau. Und das ist der DXYG, was bedeutet das, wenn jetzt erstmal der US-Dollar runtergehen würde, dann wäre das grundsätzlich gut für Bitcoin, richtig? Genau, deshalb haben wir den auch so weit rausgesucht, weil nämlich hier, das ist 2020 US-Dollar, da waren Zinssenkungen, Corona-Crash und so weiter, Zinssenkung und dann Bitcoin-Hochgang. Hier quasi Dollar am Boden, Bitcoin war da oben umgekehrt, hier Bitcoin, Bärenmarkt, Dollar ganz oben. Und jetzt sind wir in so einer langen Seitwärtsbewegung, aber wir haben hier diese neuralgische Marke, haben wir mal markiert mit dieser blauen unteren Begrenzung, etwa bei 160,70. Wenn wir da endlich drunter gehen und dann nachhaltig nach unten ausbrechen, dann ist das für viele Assets und darunter auch natürlich für Bitcoin ganz besonders gut. Und deshalb achtet auf diesen Chart, wenn der Dollar schwächer wird nach der Zinssenkung, das wird er irgendwann werden, weil der Dollarraum weniger attraktiv ist, weil es weniger Zinsen gibt, dann wird auch Bitcoin davon profitieren. Nicht direkt am selben Tag, aber nach und nach stellt sich diese Korrelation wieder her. Deshalb guckt auf den neben dem Bitcoin-Chart, das ist unsere Empfehlung, behaltet dem im Auge. Und mittelfristig ist natürlich nicht nur gut für Bitcoin, sondern auch für Altcoins und deswegen wollen wir zum Schluss nochmal auf ein paar ausgewählte Altcoins gucken und gucken, ob sich da so ein Swing-Trade andeutet, ob es da eine Chance gibt. Und deswegen starten wir jetzt erstmal mit dem Chart von Injective Protocol. Genauso. So, und das ist jetzt Injective Protocol im Tagesschart US-Dollar und wir sehen hier eine sehr schöne Formation, hier so eine fallende, sich zusammenlaufende Formation, die in aller Regel dazu führt, dass wir irgendwann hier hinpendeln und einen Ausbruch sehen nach oben. Das ist das bevorzugte Szenario, hat aber noch nicht geklappt. Wir sehen also, wenn wir ein bisschen näher rangehen, auch der letzte Ausbruch, genau an der Trendlinie abgewiesen worden. Und jetzt ist so für uns als Swing-Trade-Interessierte natürlich interessant, wir nehmen mal hier den Stochastischen RSI rein. Ihr seht, der schwingt auch gerade nach unten, also bärisch gekrosst. Deshalb ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir jetzt hier nochmal diesen Bereich anlaufen, den markiere ich uns mal. Das hier ist ein Bereich, der in den letzten Malen immer gut als Unterstützung gedient hat. Da sind wir einmal tiefer gedippt, aber wenn wir davon ausgehen, dass wir hier in den Bereich kommen, wäre das ein mega Einstieg und gleichzeitig auch der Stochastik wieder am Boden ist, dann haben wir sicherlich einen guten Punkt. Spätestens hier die untere Kanalbegrenzung. Das wäre ein toller Einstieg, weil wir davon ausgehen, dass auf Dauer dieser Trend nicht gebrochen wird. Der hat sich hier auch stark gezeigt. Deshalb interessantes Setup und wie gesagt, wenn der Gesamtmarkt dreht, ist auch hier der Ausbruch nach oben nur eine Frage der Zeit. Erstmal hier wartet ab, falls ihr hier runterkommt. Starker Einstiegspunkt, den werden wir beobachten. Achtung, keine Finanzberatung. Und wir machen weiter mit ICP. Internet-Protokoll. Sieht ein bisschen anders aus, aber nicht weniger spannend, weil wir können hier eine andere Formation sehen. Wir haben ja hier sehr schön eine untere Trendlinie und wir haben hier oben auch zwei Punkte zumindest, drei Punkte, wo er aufgesetzt ist jetzt. Das heißt, hier haben wir so eine parallel zusammenlaufende Formation. Und da ist natürlich, wenn er jetzt hier weiter pendelt und dann gibt es die Entscheidung, runter oder hoch. Das ist natürlich spannend. Und wenn man sich anguckt, wo er steht, glauben wir, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er hier drunter fällt, nicht so hoch ist. Wir haben ja hier auch eine Trendlinie, hier eine tiefste Begrenzung. Das war der Abverkauf im Juli. Wir haben hier nochmal im August. Also diese untere Variante, klar ist sie möglich, aber sie ist weniger wahrscheinlich. Deshalb, wir glauben, das ist auch spannend, hier auf der Dauer zu liegen, auch ähnlich untere Kanalbegrenzung, wenn er hier aufsetzt. Guter Punkt, um sich da mal genauer auf den Internet-Computer zu stürzeln, wenn man das möchte. Und als nächstes im Bunde haben wir jetzt hier Nier. Nier-Protokoll, genau. Wichtiger Layer-One mit AI-Narrativ. Hat auch eine gute Reise gehabt hier. Und dann seit der Gesamtkorrektur des Marktes stark runter. Da auch hier ein Abwärtstrend immer wieder angedeppt, jetzt zuletzt auch nicht geschafft, den zu brechen. Wir haben aber mal einen kleinen Fibonacci draufgelegt, vom letzten Swing Low zum Swing High. Und da sieht man, er ist jetzt hier in einem interessanten Punkt. Hier ist er nämlich knapp am 61,8er. Ja, das ist genau diese Linie hier. Und wenn er die hält, wonach es momentan durchaus aussieht, dass er hier nicht wahnsinnig weit drunter dippt, weil hier eine starke parallele Unterstützung ist, dann ist das ein interessanter Punkt. Und im nächsten Anlauf kann er durchaus diese Abwärtstrendlinie brechen. Sollte er allerdings sich entscheiden, doch ein bisschen tiefer zu gehen, haben wir hier auch nochmal den 78,6er. Und spätestens hier, glaube ich, ist ein super Moment zum Einstieg. Das ist etwas, was wir beobachten. Ähnliches Setup wie auch bei Injective. Auch hier ein Abwärtstrend, der bald fällig sein dürfte. Auch hier nochmal eine starke parallele Unterstützung. Sehr, sehr interessant. Und es ist tatsächlich nicht überall so, dass sich jetzt eine Entscheidung zuspitzt. Aber beim nächsten stehen wir auch kurz vor einer Entscheidung. Das ist Dog with Head, ein Meme-Coin, über den wir nicht oft reden. Aber wenn man hier mal genau hinguckt, sieht man auch, wenn man weiter rauszoomt, dass sich hier wirklich eine Entscheidung anbahnt. Also man kann da ganz, ganz oben ansetzen, Chi. Und dann haben wir hier echt eine ganz, ganz schöne Trendlinie von ganz oben runtergesetzt. Unbedingt. Ja. Wir können die so runterziehen. Da sind wir also auch immer wieder knapp dran. Wenn wir jetzt nicht ganz so streng sind und hier erst seit dem letzten Ansatz, dann trifft sie sogar noch ein bisschen genauer. Aber wie man es auch spielt, es ist auf jeden Fall genauso, wie du sagst. Diese obere Trendlinie ist nah und von unten. Das ist sehr spannend. Und deshalb stellen wir euch den auch vor, weil wir sehen hier auch eine Trendlinie. Und jetzt gehen wir gleich mal noch ein bisschen näher ran, weil das ist richtig spannend. Ihr seht hier, sind in einer Tour höhere Lows gemacht worden. Das ist sehr, sehr gut. Und das heißt, von oben runter kommt die Trendlinienbegrenzung, von unten kommt immer higher Lows. Das heißt, der Ausbruch steht kurz bevor. Und wir sehen hier den Stochastik. Die ist jetzt schon auf halbem Wege besser als bei den anderen. Wenn die unten ankommt, sind wir wahrscheinlich hier im Kanal auch unten nochmal aufgesetzt. Und dann hat er hier eine super Sprungschanze. Ich sehe auch hier eine starke Begrenzung. Nicht nur der Kanal, sondern auch die horizontalen Dips, die er immer gemacht hat. Das ist richtig lecker. Insofern, Dogworth hat nochmal einer, den wir diesmal im Fokus haben. Und das sind so die vier Swings, wo wir uns auf die Lauer legen potenziell. Vielleicht kommt nicht jeder zum Zuge. Wie gesagt, keine Finanzberatung. Ihr müsst da selber auch für euch natürlich überlegen, ob euch sowas wichtig ist. Aber interessante Setups und es werden besser. Ihr seht das, die Charts bei Ihnen, also werden besser, oder? Wir stehen immer näher dran vor Ausbrüchen. Und das deutet eigentlich an, dass wir eine Trendwende komplett im Markt haben. Und wir gucken weiterhin auf den Bitcoin-Chart und gucken weiterhin auf den September, dass wir grün schließen. Und dann könnte es eigentlich Feuer freigeben, auch für die anderen Charts, die wir jetzt gerade besprochen haben. Ich freue mich auf den Oktober. Und Freunde, es ist und bleibt ganz, ganz wichtig, auch an der eigenen Unabhängigkeit zu arbeiten. Hier in Mexiko macht man das einmal im Jahr. Das ist der 16. Am Tag, wo wir es aufgenommen haben. Ihr werdet es wahrscheinlich morgen sehen. Aber das ist ein Tag, der auch im Sinne von Unabhängigkeit in El Salvador zum Beispiel gefeiert wird. Genau, am selben Tag. Und da hat ja Bukele, der Präsident, der Pro-Bitcoin-Präsident, ja auch Bitcoin mit ins Spiel gebracht. Die Reise der Unabhängigkeit geht weiter. Jetzt geht es darum, sich auch vom Finanzsystem, vom zentralen Finanzsystem unabhängig zu machen. Und das können wir jeder einzeln für uns auch so mitnehmen. Unabhängig zu sein in Bezug auf Finanzen, in Bezug auf Bitcoin ist in der heutigen Zeit einfach unheimlich wichtig. Deshalb, viva Mexico, viva Independencia, viva Bitcoin ist jetzt mal mein Schlachtruf zum Schluss. Danke, dass ihr dabei wart. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Lasst ein Like da und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, trade it immer safe. Und bleibt der Blockchain treu. Bis dahin, trade it immer weiter.